Der Arno Fischbacher ist der Wirtschaftsstimmcoach. Ich begleite die Mitarbeiter meiner Kunden oder auch Führungskräfte, Freiberufler durch die besonders heiklen Momente der täglichen Kommunikation, sei es am Telefon, sei es in Präsentationen oder Vorträgen oder sei es in Überzeugungsgesprächen oder Verkaufsgesprächen. Die Stimme ist ein Schlüsselreiz in der Kommunikation. Sie ist immer mit dabei, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Das Heikle daran ist, man merkt selbst in der Regel nicht, was die eigene Stimme auswirkt. Und an der Stelle kommt jetzt der Wirtschaftsstimmcoach und macht in den Nahtstellen dieser vielen Situationen bewusster, wie die Stimme wirkt und wie ich diese Stimme konkret gezielt einsetzen kann, um mein Ergebnis zu verdoppeln. Das Thema Stimme verleitet immer mal zu denken, dass man die Stimme behübschen muss, dass man eine schöne Stimme braucht etc. Mir ist das privat wichtig, persönlich wichtig. Im Geschäft allerdings geht es um ganz was anderes. Was signalisiert, ohne dass ich es weiß, meine Stimme in den entscheidenden Momenten? Und das bewusst zu machen, das ist mein Geschäft, dort kenne ich mich aus und da beziehe ich mich auch auf viele, viele Jahre berufliche Erfahrungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 .